Aber Feines Black lädt Best of's hoch von mir Also Best of März Etc Und mache damit auch echt gute Klicks Aber das ist ein Oldschooler, den habe ich das erlaubt Der ist schon sehr lange dabei Und dem erlaube ich mein Content Hochzuladen Nehme aber von ihm kein Geld oder sowas Wenn er damit Geld verdienen kann er behalten Alles gut Jo Freine Elf legt in Best of Unterhaltung Seid gegrüßt heute zu einem gediegenen Monta Highlights Video Der August ist vorbei und ihr habt wieder reichlich kommentiert Wollen wir mal direkt reingehen Hör in die Kommentare Fangen wir an hier mit dem I'm Zeigo Denn der Louis Z Geiles Video, Monta ist einfach Legende Ja auf jeden Monta bester Mann Dann der Wang Avatar Absolut Müll, du strengst dich null an Anstatt einfach mal normal redest am Anfang Ich verstehe das einfach nicht Da hat man schon die Möglichkeit von Monta etwas hochzuladen Und er haut das so in die Tonne jedes Mal Wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen wenn du geschrieben hättest was du verstehst Unter normal reden Beziehungsweise was dich jetzt da so stört Und der Thomas der Ehren Supporter Schreibt wie immer top Iolf ist auch wieder am Start Der Retarded Retard Schreibt finde es geil dass die Videos immer lang und simpel sind Und dann schreibt der Feel the Skill Ich will auch mal dein krankes Video Also deine erkältete Stimme Intro Dann die Tanja Rebenhof Oder Rebenhof Genau wie man es ausspricht Sehr geiles Video Der Horsi auch wie immer am Start Der Aesthetic oder Aesthetic Schreibt echt gutes Video Lustige Clips Echt gutes Video Lustigere Clips Als vom originalen Best of Juni Und wahrscheinlich auch später Juli Denn der deutsche Memes Kuss mal wieder für dieses köstliche Video Mein Bruder Denn der alles klar fragt Wie lange kennst du Monta schon Gucke seine Videos Gleit 2013 Lüsste sein Und 2015 habe ich schon die ersten Best of Sinnen gemacht Und Best of Rage Und Best of Lache Der AbuYanTV schreibt Ehrenmann deine Atmung ist immer sehr wild Genug gelabert Ab geht's Let's go Mir ist es ja egal Digga Also Verpiss dich Die Cam wackelt Ja weil ich mit meinem Bein wackelt Und dann wackelt Hier wackelt doch gar nichts Digga Ich weiß gar nicht was du hast Oh dann läuft deine fette Mutter gerade die Treppen bei mir hoch Ich wusste gar nicht dass Rohit deine Freundin jetzt offiziell zeigt Glückwunsch Digga Rohit Keeskauer fragt Kennst du die Gaming Stream Plattform Plex Storm Dort kannst du nackt streamen Und zocken Nicht für mich Keeskauer Ah vielleicht kannst du da mal dein Glück probieren Und nackt streamen Vielleicht kommen auch mal ein paar neue Zuschauer Ist jetzt bei mir gerade die Seite Plex Storm nur down Oder ist die down Weil ihr alle auf die Seite wollt Um zu gucken Hatten wir alle den gleichen Einfall Digga Harte Beate mit eingegifteten Sub dabei Harte Beate Digga Was für ein Name Unscheinende Werbung Um irgendwie wieder hier Plus zu machen Kapi Ah jawohl Bruder hat mich erschrocken Alter Hier seht ihr Hier seht ihr die Ecke Komplette Licht Alleine 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 nur die Ecke Digga Alleine nur die Die Es ist Es ist wirklich Sowas von unangenehm Alleine einfach schon meine Augenbrauen Digga Die sich selbstständig gemacht haben Bruder ich sehe jetzt ja gerade meine Rechtschreibung Alter Wie soll man Bilder von Gewinnspiel posten Wenn der Kurz Ganz Zeit War Ja Bruder Also wenn ich jetzt behaupten würde Ich habe es mir hinter Fahrt geschrieben Würde ich auch lügen Aber also in dem Satz Kieskauer sind ungefähr so viele Rechtschreibfehler Rechtschreibfehler wie du zuschauerst im Durchschnitt Kieskauer Mein Mobot hat gerade schon In der Zeit wo ich stream mehr reingeschrieben Da sind deine ganzen aktiven Zuschauer zusammen in einem Stream Digga Mundes verfaulter Zehennagel Ach Digga Also Mit 5 Euro Wann kommt eigentlich der Fortnite Deathrun Hi wie ein Baumhaus mit 5 Eiermonte Was hast du Was hältst von einer Igecam Äh Ne Da hatte ich jetzt nicht so viel von Digga Null Jetzt hat sich das aufgehangen Bin ich noch da Hallo 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 Seht ihr mich Hat sich aufgehangen Schon gar kein Bock mehr Digga Habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf Schon gar keinen Bock mehr drauf Geht einfach nichts Das Licht hat sich auch verstellt Alt R4 Funktioniert gar nichts Windows Taste funktioniert Was bringt mir das Wenn ich es nicht nutze Und ich tot bin Geht's doch Weg Schließen Sprachlos Hier lag noch nicht eine gescheite Waffe Wie eine AK oder so Was ist denn das Ich hab deine Mutter gef- Ich hab deine Mutter gef- Ah er hat mich Oder auf mich Hahaha Du bist der Beste Ich liebe dich Oh mein Name ist Marcel Oh du bist- Ach Digga Erschreckt mich doch nicht so Warte du bist der Beste Ja ich hab deine Mutter gef- Halten wir ganz kurz fest Wichtig und richtig Onkel Monte hat mal ein neues Spiel probiert Und den Monke Äh und Ganz Hamburg Keine Ganzkörpermassage gefunden Zum Kotzen Hoffe ich finde im Stream ein wenig Entspannung Okay Bei mir wärst du aber auch keine Äh Keine Ganzkörpermassage bekommen Äh GTA Blackjack Dealer mit dem Fünfer Lieber Herr Erichs Wir vermissen sie hier schon Kommen sie bald wieder Hm Ich hab dich einfach vergessen Du hast keine 50 Euro gespendet Digga Und äh Solltest du nochmal hier so ne Scheiße reinschreiben Digga Dann Kannst du das nächste Mal 500 spenden Äh Damit du entbunt wärst Darauf hab ich gar keine Lust Du bist seit Drei Minuten hier Erstmal auch wieder an der Stelle Moderatoren Wenn ihr keine Lust habt Was zu machen ist kein Problem Dann suchen wir neue Herr Big Mac Du musst jetzt hier auch nicht auf Krampf noch Timeouten Das hätte ich auch selber machen können Nachdem du das Ignoriert hast Ja ich hab gesehen In Bombom Gaming Das Keith Kauer Cold War Multiplayer gespielt Das sagt alles über den Jungen aus Wirklich Ihr Amazon Konto wurde gesperrt Jo Und wenn ich jetzt auf mein Auf mein Amazon Konto gehe Bin ich ganz normal eingeloggt Äh Zwölf Nachrichten Ob ich mein Passwort Bei Amazon zurücksenden möchte Äh Zurücksetzen möchte Sie können es nicht sein lassen Sie versuchen einen immer zu recken Links ist ein Auto Oh ja perfekt Bin jetzt ranter Pieper Ah das war genauso geplant Digga Bist mit Carsten in einer Lobby Carsten ist nicht am Stream Also gehe ich mal davon aus Dass das nicht stimmt Oh das war Carsten Wirklich Das war sogar wirklich Carsten Digga Schmutz Lass mich raten Er hatte noch 25 Leben Acht Leben Digga Er hat mehr Leben gehabt Aber gut auch das Ich habe ihn gefragt Ob er heute mit mir zusammenzocken Wer hat gesagt Er hat keinen Bock Digga Er spielt da alleine Die ganze Zeit Digga was Was war das denn Knappe Sache Digga Ja was ein Zufall Man Ich habe es erst geteilt Als ich dich gekillt habe Wie schickst du denn hin eigentlich Da wo ich markiert habe Eventuell Hä Du hast Bahnhof markiert Oh Da ist er Den sieht man aber nicht Weil er so schwarz ist Hm Ah ja perfekt Wo ist denn die Kamera eingestellt Oben noch im Winkel oder was Hä Was ist denn das Digga Hallo Bruder schau Können die einfach mal nur Oh Was läuft denn da Huch Komm hol ihn raus Dein Schwanz Hä Was ist das denn für ein Bug Mit dem Laser Seht ihr Hä Moin Ach Digga Nicht weiter Was Du sollst es mal wieder besorgen Was hältst du davon Hey Oh mein Gott Oh mein Gott Digga Mann du Monta hat mir vorhin beim FaceTime Seinen Schwanz gezeigt Von daher Alles gut Digga Aber auch nur Quasi noch ein zwei Joker gut Aber auch nur weil deine Sister da war Ach Digga Gut oder soll ich ihn noch ein bisschen größer machen Sie Ja Ich habe ihn mir schon so eingestellt Dass man Also für meine Rentner Augen Habe ich das gekostet Nein also Ist das selten Ist das einfach ein Salat oder nicht Oder ist das Zeig mal her Was sind alles drin Aus einer Zeit wo man Also wo man einfach einen Salat Salat genannt hat Oder Müsse auch ein Er furzt immer rum Ja aber da müsst ihr auch euch bei ihr bedanken Weil ich furzt nicht vor ihr Furzt sie vor dir Ja ja klar Ja aber schein Philipp hat wieder den besten Aroma heute ausgepasst Mein Gott Ich muss gleich auch Ich muss gleich auf jeden Fall die Lüftung wieder einstellen Also ich kenne niemanden Der so eine Käsemocken hat wie Philipp Und das weiß er auch Wir lachen da ja zusammen drüber Ich bin schon wieder ganz schön high Ich bin schon wieder high Ich inhaliere hier Etwas Was mich berauschend macht Philipp Ja Ich bring's wieder mit Gönn mich Werd falsche Antwort sein Bester Mann wirklich Kurz an dich Also wenn das nicht B ist Dann weiß ich auch nicht Was spielst du da? Was spielst du eigentlich? Wer wird Millionär Bruder? Okay Bist du doch schon Den Spruch hat er nicht erwartet So Waffe finden Sterben Das sind meine Runden Weil Leute Einen den Spielspaß versauen Ja schmeiß deine Granate Ist wirklich Also ich hab lange nicht mehr so gelacht Ich hab einen ganz fameen YouTube Kanal Da ist einer so viele stream bei mir ja natürlich hatte ich habe keine ich habe keine ich kann euch noch mal ein clip zeigen von meinem kollegen der spielt hat er mir geschickt die wiederholung es gibt ja mittlerweile auch wiederholung das ist bist du da da mein kollege ein bisschen glück gehabt ist dein kollege süchtig nicht der kollege nicht aber mein kollege der sich bvb tassos nennt der ist ganz schlimm